Dort, wo sich auf ihren Landkarten die Lehre des Pazifik ausdehnt, lag vor über 10.000 Jahren das gewaltige Murreich, ein Kontinent mit blühender Kultur. Alle Länder der Welt waren damals Kolonien unseres mächtigen Landes. Unser Reich versank in einer Nacht als Folge eines Fluches in den Wellen des Pazifik. Aber unsere Vorfahren lebten auf dem Grund des Meeres weiter. Eine hochentwickelte Rasse schuf sich in der Tiefe neue Lebensbedingungen. Hören Sie die triumphierende Stimme unseres Volkes? Stellen Sie sich uns nicht in den Weg. Ein großes Unglück wird die ganze Menschheit auf Befehl von Manda, unserer göttlichen Beschützerin, treffen, als sie die Wiedergeburt unseres Murreiches auf der Erde verhindern wollen. Wenn nur die Hälfte von einem wahr ist, droht der Welt eine furchtbare Katastrophe. Es kommt auf uns zu, funkt er selbst, stoppt die Maschinen ab! Die UNO hat die Einrichtung eines Vereinigten Abwehrhauptquartiers beschlossen, um einem möglichen Angriff des Murreiches begegnen zu können. Ich gebe zu, dass wir der Situation nicht mehr gewachsen sind. Wie wir hörten, soll es noch ein U-2000 geben. Wir tauchen wieder. Fertigmachen zum Tauchen! Hochspannung einschalten! Begreifst du nicht, dass U-2000 unsere letzte Hoffnung ist? Die ganze Welt wird von den Moos bedroht und du weigerst dich, ihr zu Hilfe zu kommen. Ich hab's dir schon mal gesagt. U-2000 wurde für unser Vaterland gebaut. Ich muss ins Murreich zurück. Sie werden mich begleiten. Sind Sie verrückt? Lassen Sie mich sofort los! Nein! Herr Admiral, am Krater von Mihara sind U-Menschen aufgetaucht. Was haben Sie da? Das Radio hat's vor ein paar Minuten gebracht. Sie kommen direkt aus dem Erdinnern. Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich den Weg zu wahlen. U-2000. Tauchfahrt des Grauens. In die Deckung, bis nach Hause kommen! Du bist ein verbohrter alter Mann. Du siehst seelenruhig zu, wie die Menschheit zugrunde geht. Du bist nur schlimmer als die, die uns vernichten wollen. Makoto! Nein! Ich liebe dich nicht! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ein Film von morgen. Heute noch Utopie. In naher Zukunft, vielleicht schon Wirklichkeit. 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 Ich habe welche B-iegeется geschätzt. Wirklichkeit. 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 Vielen Dank.